Willkommen zurück hier in Minecraft, auch dabei den Raum zu bauen für unser neues Altarskonstrukt. Und das sollten wir auch diese Folge fertig kreieren, dann könnten wir diese Folge vielleicht auch noch aufstellen. Und dann überlege ich mal, was man dann machen kann. So, das heißt, wir haben gesagt, wir gucken uns noch einmal das Bild an. Es wird auch schon wieder dunkel. Wir müssen einmal noch wieder zurückreisen in unser altes Haus. Altes Haus. Gehen wir hier nochmal schlafen. Gefährlich. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir brauchen noch mehr von diesen Arkanen Steinen. Das kann ich auch gleich nochmal machen. Kleine Steine. Auch gar nicht mehr so viele. Dann machen wir hier. Tropie Scherben. Ich weiß gar nicht, was die am häufigsten Scherben sind. Und jeden noch fünf. Ja, Steine hat da gar nicht so viele hergestellt, weil wir ja gar nicht da waren. Sei ja auch nur, wenn wir da sind. Wir müssen hier unbedingt nochmal einen Anker hinstellen. Aber warum hier, ne? Weil wir hier eh nicht bleiben wollen. Dann machen wir diese. Dann machen wir hier Steine drum herum. Dann machen wir hier. 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 So, jetzt haben wir jetzt mal wieder genug Steine glaube ich, gehen nochmal schlafen und dann bauen wir das Altar auf. Wir können auch gleich den Zauberstab mitnehmen, den müssen wir nämlich noch wieder füllen mit Ordnung vor allem. Machen wir noch einen kleinen Umweg wieder zur Vielordnung. Machen wir die Ordnung voll, gehen in einen zum neuen Haus, und bauen hier noch ein paar Altarraum weiter. Jetzt warten wir an den Kanten. Auf jeden Fall diese Dinger. Was auch immer das hier für Geräusche sind. Das ist ja schlimm hier. Irgendwo sind hier diese Dinger. So. Gucken wir nochmal rein. Wie das hier aussieht. Genau. Obwohl das ist davor. Die sind eigentlich davor. Okay, die sind gar nicht hier. Die sind hier vor. So. Gut. Dann müssen wir die nochmal wieder abbauen. Und ständig hier hin. Das ganze füllen wir jetzt mit Arcane Steinen aus. Also diese laufen Typen da unten, die nähern mich. Die muss ich unbedingt nochmal zerstören. Das ist blöde, wenn da unten eine Höhle ist. Laufen. Wir laufen aber nicht. Also dieses Ding an die Stirn an echt, ne? Irgendwo hier muss doch der Eingang gewesen sein. Hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Wo war der Eingang? Da ist ein Creeper. Also hier war schonmal der Eingang. So. Ich werde diese Nerven nicht zerstören. Nein! und wo sind die da ist er das heißt ich brauche aber kohle da ist kohle sticks dabei natürlich nicht habe ich holz dabei natürlich nicht also wir brauchen holz wir brauchen doch wir brauchen noch ein bisschen holz dann brauchen wir ein bisschen kohle dann bauen wir uns dann nämlich was hin damit dann nicht immer laufen typen kommen das ist ja echt nicht normal so abgebaut natürlich auch gar keinen platz jetzt für irgendwas machen wir hier das weg erft mich nicht noch ein bogenschütze und noch ein bogenschütze man glaubt es doch nicht ein paar karotten essen haben wir gar keinen platz für nichts ja wir laufen weg erstmal so haben schon wieder keinen platz für nichts auch auch Alter, die sind nicht ohne. Alter, die sind nicht ohne. Mal mit diesen Lächern. Die sind so laut und nervig. Und wenn wir da auch genug Energie haben, leben, dann könnten wir ja auch mal gegen die Kämpfe. Nee, ne? Es ist einfach nicht wahr hier. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Laufen, laufen, laufen. Jetzt allmählich könnten wir ja mal anfangen. Das war schon mal Nummer 1. Und hier ist Nummer 2. Und jetzt genießen wir die Stille. Und hoffen, dass es auch stimmt. Was? Was? Irgendwo hier. Irgendwo hier. Mussten wir uns jetzt hier in diesem Part mit Sachen rumprügeln. Da unten ist eine verschollene Höhle. Vielleicht werden wir da mal meinen Schatz vergraben. So. Dann machen wir das hier wieder zu. Und es wird auch schon wieder dunkel. Aber immerhin haben wir das auch so weit geschafft. Wenn ich mir nochmal das Bild angucke. Das heißt genau, es kommt jetzt ein Altar hier vor. Ein Altar davor. Ein Altar davor. Ein Altar davor. Ein Altar kommt in die Mitte. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Das ist gar nicht. Muss ich da jetzt... Achso, genau. Ich glaube, ich muss da jetzt noch... Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Beitageslicht. Wie das genau funktioniert. Schnell weg. So, jetzt... Hier ist zum Glück nichts. Können wir auch wieder... Zu unserem alten Haus. Was für eine... komische Folge. Und in dieser Folge verabschiede ich mich auch schon wieder. Und sage, falls euch das Video gefallen hat... Lass doch einen Daumen hoch um da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.